Ja, gewonnen. Ja, es war ein hart umkämpftes Spiel, gefühlt. Es war zwar ein 2-0 Sieg, aber emotional war es schon sehr anstrengend. Und wir sind froh, dass wir so viel Unterstützung hier hatten. Und natürlich auch von euch allen, vom Fernseher, vom Computer, wie auch immer. Aber das braucht man natürlich in so einer Situation. Ich denke, wir haben es als Team richtig gut hingekriegt und sind super stolz auf unser erstes, bis jetzt, Top-Ten-Ergebnis auf einer Weltmeister-Show. Jetzt können wir wieder befreit aufstehen. Morgen gegen Kirsti Ross. Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. In Brasilien haben wir so knapp gegen die verloren. Und ich denke, da ist einiges drin.